Oh, hey Gert, da gibt es auch eine Essenz gegen blöde Männer. Also diese Essenz kenne ich natürlich nicht und ich kenne auch keine blöden Männer, die sind bloß ein bisschen schräg drauf mitunter, aber die muss man natürlich auch verstehen, weil wir Frauenzimmer sind auch nicht immer flott. Aber im Prinzip sind sie ja alle ganz okay.